Oh, Monty! Kommen Sie zu mir auf den Diva. Es scheint, Allegra kommt nicht mehr, was ziemlich unhöflich ist. Aber ich spiele mit Ihnen Bridge. Huh! Wäre es doch bloß so einfach. Cut. 27a, die zweite. Also, versuchen wir Folgendes. Deinen Satz. Sag ihn genauso, wie ich ihn sage. Sag den Satz exakt so, wie ich es tue. Okay, klar. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so... Nein, nein, achte auf meinen Mund. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Lieber Junge, warum sagst du immer bloß so? Wir haben gesagt, sag es, wie ich es tue. Wäre es doch bloß so einfach. Nein, nein, das bloß ist ein eigenes Wort. Du verbindest das so mit dem so. Du darfst das so nicht mit dem Blues verbinden. Bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Fließend. Wäre es doch bloß so einfach. Fließend. Nein, sag nicht fließend. Sag den Satz fließend. Da erfließt noch mal. Ich glaube, ich kriege diesen Gaul nicht gesattelt, Larry. Wäre es doch bloß so einfach. Haste die Hand unten. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. 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 Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Es ist... kompliziert. Hallo Bert. Lorenz, Tobi, danke, dass ihr gekommen seid. Das Studio braucht eure Hilfe. Bert Whitlock wurde entführt. Das ist übel. Übel für Fenster.